Was hat das mit den verrückten, großen Augen auf sich? Durch die Augen kann ich meine Gefühle zum Ausdruck bringen. Die Augen sind das Fenster zur Seele. Was ich heute habe, wirst du lieben. Wieso sind die Augen so groß? Die Augen sind das Fenster zur Seele. Deswegen male ich sie so groß. Das habe ich schon immer so gemacht. Wieso lügst du denn? Stell dir vor, wie viel Spaß wir haben werden. Das geht alles unwahrscheinlich schnell. Wer ist der Künstler? Ich. 17 Millionen Dollar. Die Kunstwelt ist in Aufruhr. Er verkauft die Originale. Dann verkauft er Drucke von den Originalen und dann Postkarten von den Drucken von den Originalen. Herrgott, es ist eine Bewegung. Das ist reinster Kitsch. Ja genau, ich liebe es. Du bist wie Warhol. Warhol ist wie ich. Woher nehmen Sie Ihre Ideen? Was meinen Sie? Ich weiß noch, wie Mama das gemalt hat. Da irrst du dich. Das habe ich gemalt. Vielleicht könnte ich es selbst signieren. Wenn du das irgendjemandem sagst, bricht dieses Imperium zusammen. Oh, ich werde reden. Ich, ich lass dich abservieren. Jedes Einzelne stammt von mir. All die großen Augen von mir. Das ist eine ungeheuliche Aussage. Wie soll ich das bitte erklären? Sieht so aus, als hättest du dich irgendwie in eine Sackgasse gemalt. Big Ice. So weit ist es gekommen. Demnächst im Kino. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020